Mark Wieser, zuerst Graduation zu diesem Sieg. Wüsst ihr, wenn ihr das letzte Mal ein Goal geschossen habt und gegen wer in der Meisterschaft? Schon länger her, ja, aber... gegen Freiburg oder so? Keine Ahnung, wirklich, ich habe keine Ahnung mehr. Es ist gleichgegner, es war gleichgegner wie heute. Es war am 3. November, glaube ich. Was hat es jetzt vielleicht gebraucht für die Stimmen? Es ist ziemlich schwierig, wenn man so lange ein Goal schiesst. Haben wir noch den Schwung des Spendenclub mitnehmen, als es heute gerade so geklappt hat? Ja, ich weiss nicht, wenn man stürme, dann probierst du immer Goal zu schiessen, aber zum Teil käme jetzt rein und zum Teil nicht. Und momentan habe ich Mühe, aber... Ja, ich habe das Gefühl, wenn es lange herum ist, wird es immer mühsamer und... Ja, ich bin jetzt froh, es sind jetzt zwei heute drin und dass wir gewonnen haben, ja. Und allgemein die Leistung heute vom HCD? Also, haben wir das Gefühl, den Schwung hat man einfach mitgenommen gerade vom Spendenclub? Oder was hat es heute ausgemacht, dass es so gut war? Ja, wir waren schon gut, aber ich habe das Gefühl, wir hatten ein wenig Glück heute. Ich weiss nicht, ob der Penalty, den ich bekam habe, wirklich ein Penalty gewesen ist. Und das zweite Goal war natürlich auch ein wenig am Stritten gewesen. Und das hat uns natürlich wirklich geholfen. Und noch zum Glück haben wir das 1 stehen lassen und haben das durchgebracht und mit einer sauberen Defensivarbeit gewonnen. Danke und weiterhin viel Glück im Neujahr. Danke vielmals auch.